hallo und herzlich willkommen hier zwei heutigen folge hier bei der 19 wir bereiten bleibt mir vor dass den mist abfahren kann weil ich mich loswerden möchte gerne bgh bevor zu viel wird in der möglichkeit so dass wir noch gut fahren können anfügungszeichen ein bisschen ungünstig sieht man dazu wir machen geht nicht muss ich mal sehen ich bin nicht ganz zufrieden denn das war ja später mit möglichkeit auch funktionieren zumindest dass sie stehen und voll machen und der kurse in der vorbei haben wir müssen auch passen dass die vorbeikommen die anderen fahrzeuge und sonst muss ich noch ein bisschen nach hinten fahren die 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 z dem sein sein motor starten halb einsteiger ach das kann man einstellen das können wir auch da gut zum klappen ganz hat mich wieso geht es nicht um dich müsste alle funktionieren normalerweise macht nichts das kann sein mal so weiter nach vorne fahren gut wie ich ein bisschen verschieben nach außen müssen die streicherten fähren stören bei gelegenheit so die parkposition für erst mal wir werden hier mal ganz kurz markieren tun wir nichts ich überlege da was zu markieren bootmarkierung her erstmal nicht was war hier drin rocken also kein geteil dafür rein so ich werde gleich müde mal schauen 17 uhr hier ist jetzt die fruchtverstörung drin 2.0 das heißt dieses wird hier auch kaputt gemacht und ich schaue mal nachher müde ohne ende gar nicht dann haben wir mit flügen auch fast erledigt hier fast die aussage müsste auch durch sein sollte mal gucken wollte bevor wir überhaupt was machen der ist nicht fertig warum nicht doch keine pause gemacht da kann noch helfen noch arbeiten das passt nicht ganz wir sind die richtung ändern anpassen möglichkeit nichts verschenken hier brauchen jeden jedes gerste korn für wir in der marsch das scheitze funktionieren so halbwegs so können wir weiter pflügen Lohnzahlung ja so ist ja nicht mehr viel in den nacharbeiten nicht ganz so extrem muss ja nicht alles gemacht werden nur das in der mitte das große dreieck noch tja morgens Donnerstag ne also bei mir hier im Spiel ist morgen Mittwoch und die Frage auf Dienstag das ist mir nicht ganz so einfach zu merken also ich komme da nicht durcheinander weil äh weil die Kette und Kopf läuft ja äh beginnt nach einem anderen Tag ne also am Samstag und hier beginnen wir am Montag das hat aber ist nochmal technische Gründe dass wir alle am einen Tag beginnen oder die Reihenfolge sondern dass ich im Prinzip Luft habe und Reserve für die Aufnahme ne dann müsste ich ja am Samstag oder Freitag abend alle vorken fertig haben und das ist ja eigentlich ja schwierig immer so gerade in der Spätschicht ne früh steht mal noch gerade zu gehen Entschuldigung hier ist die Cola jetzt haben wir Uhrzeit habe ich gerade gesagt ne 17 Uhr mehr oder weniger ja 3 3 folgen eine Stunde ungefähr ungefähr eine Folge muss nicht zu wollen da kommt gerade schief schon 15 verloren Neustart machen ja 15 locker naja gut ich muss ja heute nicht bearbeiten das mache ich am meisten am Samstag vormittag bearbeiten und Sonntag dann hochladen aber der Keller kostet schon fertig auch da ist ein länger gebraucht wie ich plante also wie gedacht hatte weil ich mein Aufnaheprogramm am Freitag was gesucht habe was anscheinend nicht mehr geht die Musik im Hintergrund glauben zu lassen das ist ja nicht höher das ist ja nicht höhere sondern als Tonspur als im Hintergrund läuft ne gut Kontrolle über die Aufstärke aber gut ist halt so ne ich denke wo ist das bloß auf Warten mit gewesen ja das gibt es nicht mehr das Ding wurde mal vorher 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 als neu da hat es auch mal gegeben und jetzt ist es nicht mehr da auf dem alten Rechner wo ich sonst oft noch ist noch vorhanden wahrscheinlich jetzt bezahlt aber das Aufnaheprogramm Geld ausgeben wollte ich auch nicht dann monatlich glaube ich 12 Euro und Dollar oder so ich glaube ich kostet das Ding nö das ist mir dann doch nicht wert also im monatlichen Beitrag wenn es einmalig was man kaufen ist dann wird kein Problem mit aber jeden Monat wenn ich was für ein Kanal verdienen würde also dann wäre es mir Knüppel wenn das alles auf deutsch wäre wenn man zu sagen also Programm auf englisch wo nur englisch ist habe ich keine Verwendung für ich muss schon mal verstehen können sonst ist das weggeschmissen das Geld so die Ecke noch hier der flügt ja zum Glück nicht alles ne so das müsste alles eigentlich sein vom Flügen her so na nicht 1 2 x flug drehen und x x-transportsteller heißt das hier so dann stellen wir weg und werden wir mal reparieren das machen wir gleich traktor muss nicht unbedingt wir können den flug ja eigentlich hier rechts hinstellen fast das aber erst mal reparieren so bin müde aber egal ob man durch ne ist bei mir normal um die zeit nach der früh steht die nacht nicht perfekt geschlafen so kurz so kurz ja halb vier aufstehen ist immer so kurz aber da ich die nacht zu kurz also recht spät eingeklafen bin ward auch zu ja von vorne rein zu kurz ne aber wie gesagt zum notwürdig enthalten morgen weiter machen ganz kurz voll ich müsste noch landschutzmittel einkaufen und zwar bei landhanna müller müsste so parken dass es tor nur aufgehen kann beziehungsweise dass wir da raus rein fahren können so dann können wir den traktor mal ja erst mal ein störe dann den anhänger können wir nehmen ist das voll dann können wir den bis zum bgh bringen und gleich den anhänger wieder hinstellen die klimauten hatte erst mal geld wieder muss man mal schauen dass wir da jetzt noch günstig übertrieben oder quatsch sagt wenn ich hier keine große kohle fahren ja gebäude wie heute hocken und so will ich noch nicht aufstellen ich wüsste nicht wo müde will ich auch oh schau dir mal ein urlaub kann man durchkommen durch den weg aber knapp jetzt wegen der augen kohle die rückte vorbeiführen möchte ich mir noch ein lkw dann können wir stehen lassen ich bin nicht ganz sicher welches der silos jetzt funktioniert benzin oder in diesem ging nur den glaube ich aber ich will die ja dings machen ja müsste eigentlich jetzt angezeigt jetzt Prost. Da stellen wir ihn mal wieder hin, bei Misthaufen und wenn wir gleich den Anhänger nehmen, hier sind die anderen Anhänger und schon mal Pflanzenmittel kaufen, hat zwar aktuell alles da, aber das wäre ganz gut wenn wir näher was haben, dann später, wenn es morgen alles wächst, müssten wir es da haben, dass wir einen Kurs Einrichter voll machen, oder halt selber hinfahren, das können wir ausmachen. Was zeigt er mich jetzt hier an? Nix. Dann war es immer das andere Ding gewesen, das andere Fahrzeug. Früher war es schon. So, da müsst ihr eigentlich links reingehen, Pflattenschutz. Ich müsste mal wieder mal neue Musiktitel besorgen. Das ist nicht ganz so einfach, also nicht jeder Titel passt zur LS dazu, ne? Ist ja leider so. Wir gucken mal Geschmack machen zu. Jeden seinen Geschmack trifft er sowieso nicht. Aber ist halt so. Mann, bin ich hundemüde. Ja, neue Geräte haben wir auch auf den Hof bringen wieder. Vorbereiten für die Maisaussage. Lohnzahlung. Das ist vorgenommen. Zwei. Vollgeschauer. Das soll das Tollzeitverhalten schon gewesen sein. Ich sehe gerade, die Zeit läuft leicht drüber schon. Ja, ich sag mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann sei mal Tschüss. Tschau. Ja, morgen geht es weiter mit Kauf von Flüssigdüngern. Ne, Quatsch. Flüssig. Also Unkaufen nicht nur mit dem Flüssig. Also festgibt ja nicht. Tschüss.